So liebe Freizeitparkfreaks, wir sind gerade erfolgreich Area 51 gefahren und meine Hose ist komplett durch. Also ich habe vorne gesessen, die anderen haben zweite Reihe gesessen. Ja, die sind auch alle durch, nass durch, genau richtig. Sehr geil, auch von eigentlich allen Erneuerungen, die man so findet. Allein schon in der Anfang der Q-Line, was man ja gerade eben schon im Vorvideo gesehen hat, bis man das Boot gesteigt. Die Boote mussten dann erstmal abgesaugt werden, also so hoch steht das Wasser drin. Die Ufo-Szene, super cool, dass die jetzt angepasst worden ist, nicht mehr so laut und nicht mehr so lange. Die Effekte sind sehr cool. Ja, wenn da oben noch ein bisschen Nebel, dann gibt es auch noch die Probleme bezüglich der Rauchabzugsgeschichte, der Rauchmelder. Aber ich denke mal, das kriegt der Moviepark hin. Dickes Lob in der Hinsicht an die Geschäftsführung, sehr gut umgesetzt. Dickes Lob von mir. Und wir fahren jetzt erstmal zum Föhn, eine runde Start-Track in der Hinsicht. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Check it out.